Herzlich Willkommen zu einem kurzen, kleinen Infovideo oder was auch immer für ein Video das sein soll. Ähm, ja, einfach nur eine kurze Info. Ich habe nämlich eine Kanalumfrage erstellt. Ja, seit hier gehen wir keine Umfrage 2017. Ja, ich hab da... Ich werde euch mal fragen, was euch so gefallen hat, wie ihr die Qualität von NetAudio und Video, ähm, wie meine... wie meine Let's Plays aussehen sollen, ob ich von die Moments bearbeiten will, gefällt euch mein Schnittziel, und so bla 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 bla, paar Fragen an euch, damit ich meinen Kanal eventuell verbessern kann in den nächsten Jahren. Ja, das steht natürlich auch hier und ihr könnt da gerne mitmachen, Link ist in der Beschreibung und in der Kanal-Info. Ähm, ihr müsst so ziemlich verschiedene... auf jeden Fall die beantworten, aber ich weiß, wer ihr seid. Ähm, ihr müsst eigentlich alle Fragen beantworten, wenn ihr damit machen wollt, außer diese Discord-Serverfrage. Und... Ja, wenn ihr kurze Zeit habt, paar Minuten, dann könnt ihr das gerne, ähm, ausfüllen, damit ich weiß, ja, okay, das gefällt den Leuten, das sollte ich öfter bringen, das sollte ich gar nicht bringen, bla 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 bla, damit ich halt meinen Kanal verbessern kann. Und... Ja, das sind dann ein paar Tipps von euch, so zu sagen. Und... Ich hoffe, es machen schön viele mit. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Und dann würde ich sagen... Ja... Gibt's da noch irgendwas, was ich wünschen will? Ähm... Ja, mit Livestreams halt... Äh... Weil ja da irgendwie bei mir nie so viele mit sind. So... Nur so drei, vier Zuschauer. Was ein bisschen blöd ist. Oder schade. Da habe ich da mal eine Frage gestellt, damit ich weiß, ja... Was soll ich machen, damit du auch zuschaust? Und... Ja, da würde ich sehr über die Antwort befreuen. Ähm... Ich werde auch so ein Ergebnis-Video machen, wo ich dann sehe, aha... Das und das muss ich verbessern, und das und das muss ich euch anders machen, und das und das euch gleich behalten, und keine Ahnung, ja... Und dann würde ich sagen, wenn... Wenn ihr da mitmacht, dann wäre ich sehr froh, und... Ja... Noch einen schönen Tag! Haut rein! Und... Tschö!